Was ist die Weltlage aus meiner Sicht? Wir leben in einer Irrenanstalt und die Patienten haben die Macht ergriffen. Das ist so mein Eindruck von der Weltlage. Also wer sind die Irren? Die Irren sind all die, die glauben, ihre Ideologien jetzt mit aller Gewalt durchsetzen zu müssen. Vor allen Dingen auf Kosten der Menschen. Für das ganze Video klicke jetzt auf den Link in der Videobeschreibung.